So, weiter geht's bei Dead by Daylight. Wieder eine kleine Killerrunde oder mehrere kleine Killerrunden die nächsten Tage, weil es sich noch nicht geschafft hat, mit den anderen zusammen aufzunehmen. Das passt momentan einfach nicht von der Seite her. Deswegen wieder eine kleine Killerrunde mit unseren gewohnten Perks, die ich so habe. Und ich gehe wieder auf den Autohäfen. Und wie habe ich da jetzt gerade mehr Bock drauf? So, gut. Mal gucken, wie viel wir heute kriegen. Letztens haben wir uns ja glaube ich drei. Mal gucken, vielleicht heute wieder vier. Oder wir verkacken uns so richtig. Wir haben sogar schon Lobby. Sehr gut. Es ist ja ein bisschen kalt. Deswegen, ich wundere. Da weiß ich nicht, wie die... Der Zombie-Gamer ist dabei. Ach Gott, ich bin eine Taschenlampe. Nein! Ich habe jetzt immer noch Panik von mir. Und es ist wieder eine Claudette mit meiner Taschenlampe. Na super. Das könnte eine richtig lustige Runde werden. Fluch in der Flucht. Roter Wald. Oh, das dürfte sich jetzt beißen zwischen Roter Wald und dem Autohäfen. Na ja, gucken wir mal, wie schnell es heute geht. Oder ob wir heute richtig verkacken. Wird eh nur eine Killerrunde pro Folge erzielt werden in den nächsten Tagen. Ich glaube jetzt Sonntag erst mal. Und am Montag könnt ihr wieder mit TV endlich mal wieder gehen. Und dann Richtung Finale. Wir können doch nicht 100 Folgen machen, aber es wird dann Richtung Finale gehen. So. Dann geht es ja mit Ghost Week in Vitalins weiter. Aber jetzt erst mal Dead by Daylight. Naja. So. Mal gucken, was es wird. Roter Wald oder Autohäfen? Ich habe gewonnen. So. So, mal gucken. Freue ich mich ja schon wieder jetzt mal mit der Claudette. Oder gegen die Claudette zu spielen. Hast du ja da so Leute wie... Ich glaube mal, geht die mir die ganze Zeit auf den Sack, kriegst du von mir ein Facecam. Irgendwann bin ich auch mal gut. Irgendwo habe ich sie doch gerade gehört. Da bist du nicht. Hätte sein können, dass du da irgendwo da auf irgendeinem Ding sitzt. Ich lebe mich doch. Ich höre, dass es gehen kann. Ja, ich bin halt in Rang 20 Killern, ne? Abgesehen davon, mal eben. Ah, da hinten. Guck mal, Herr Claudette. Ja, ich spiele. Ist das die mit der Dings, ne? Ja, ist die Tatschlappe. Hau auf von mir. Tja, das war klar. Glück hat's. Ja, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, Claudia. So. Mit deiner scheiß Taschenlampe. Ja, ich spiele. Ja, das war mir fast klar, dass die Medien in dem Moment, wenn ich darüber gehe. Ich sehe sie nicht jetzt gerade, da bist du, du wirst das mit der Taschen anbinden, ne, ist was anderes, schade, das war mir fast klar. Das war mir fast klar, dass du jetzt die Variante spielst. Ah, das ist... Hör auf, mich zu blocken, ma, geh mir nicht auf die Nüsse. Jetzt ist es ein von euch, kriege ich. Ich will schon nicht, Tommy, die Taschenlampe... Näh. So, wir sind klar. Komm her, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist wieder so eine Runde, wo es wieder nicht läuft. Das ist wieder so eine Runde, wo es nicht läuft, aber so gibt es halt. Das ist wieder so eine Runde. Das ist nicht wahr. Komm mal her. Das war ein kleiner Fehler von dir, meine Gute. Ja, war mir klar, dass sie mir... Na ja, wenn es ist einer. So, willst du was? Komm her hier. Okay. 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 So. Scheiße, dass wir die eine mit der Tasche damit gekommen sind. Aber die letztes kriege ich. Ja, die wird doch ganz auch nochmal zugeschlagen, aber im letzten Moment nur. Scheiße. Na ja, wenigstens ist einer. Ich hätte aber gerne die mit der Taschlampe gehabt, aber... wenigstens ist einer. Sobald das eigentlich auch gute Punkte wieder waren. 14.000. Ja, 14.000. 14.000, 14.000, 14.000, 14.000, 14.000, 13.000, was soll ich denn da machen, ey? Schade. Na ja, egal. 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 So, das war mal die kleine Runde mit dem Microni da mal. Und in der nächsten Folge versuchen wir es dann nochmal. Ach Gott, ey. Shit. Den hätte ich gerne gehabt. Und ich konnte doch noch nicht über das Herzbrinken gestehen zu bleiben. Ich wollte dann doch ein bisschen zu viel. Aber egal. Scheiße drauf. Einer hätte ich eh bekommen. Oder habe ich auch bekommen. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir es nochmal.